Die hätten wir zumindest noch einen Kontrollpunkt hier geben können, weil das ist jetzt etwas repetitiv, hier immer wieder, naja, sich durchzuschlagen. Das ist die Frage, sieht der mich hier? Ja, der sieht mich. Offensichtlicherweise. Ich weiß noch nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Da muss ich mir etwas überlegen, etwas Erfindungsgeist zeigen, weil da ja freischießen, das wäre möglich, aber sehr umständlich und ganz ehrlich, wir wollen uns besser vorbeischleichen. Okay, ich habe die Karte im Auge, beziehungsweise werfe ich einen Blick darauf, also jetzt nicht wortwörtlich. Das wäre ungesund. Genau, und die hier vorne. Hm, was ist denn, wenn wir... Nein, 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 ducken, ducken, ducken. Wenn der den Raum hier verlässt, dann können wir ja direkt reinspringen. Okay. Lauf weg. Einmal hier und erledigt. Ich meine, ich werde doch gesehen, wenn ich den jetzt nicht angreifen würde. Ich würde es gerne ausprobieren, aber das wäre schon... Zieh mal einer an. Das geht auch. Okay, tut mir leid. Haben sie jetzt direkt die Leiche entdeckt, oder wie? Können wir mich mal verkleiden? Nein, ich brauche. Ich brauche. Naja, das wird nichts. Naja, ich habe mich schon erwischt. Ich gehe weiter. Ja, die haben mich enttarnt. Ich will hier raus. Schade, dass wir hier keinen Kontrollpunkt erhalten. Okay, also ihn umzubringen... ...ist nicht wirklich optimal. Ich kann hier auch die Alarmanlagen auslösen. Wenn er hier weg geht. Wir warten mal. Ich habe da so die ein oder andere Idee. Ja. Ich warte. Der dürfte nämlich gleich... ...weggehen. Okay. Einmal das hier. Und einmal das hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er hier die Leiche sieht. Oh, nein. Einmal hier. Die Leiche kann ich hier auch nicht einfach entsorgen. So, verkleidet. Aber wenn sie keiner entdeckt, dann... Oh, nein. Jetzt läuft der hier hin. Also die Leiche können wir noch entsorgen. Und mit der Verkleidung... ...naja... ...wirklich vorbeikommen... ...tun wir damit auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie... ...il ist jetzt schon wieder hier hin. Verdammt. Okay. Moment, jetzt lehnt er sich wieder hier an. Na, großartig. Okay. Dann heißt es wohl wieder abwarten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich... ...dieses Kostüm überhaupt lohnt. Ja, also die Leiche könnten wir zumindest entsorgen. Wenn ich das Ganze... ...so schnell wie möglich angehe. Ja, ja, okay. Und raus hier. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, diese umständliche Aktion. Und nur, um die Leiche loszuwerden. Okay. Also, ich meine, er lebt noch. Der hat aber keine Schlüsselkarte dabei, oder? Achtung. Okay. Das Fenster. Nein, ich glaube... ...er hat nichts dergleichen dabei. Eine Schlüsselkarte wäre hier doch echt praktisch gewesen. Oh. Eine Waffe hat er. Verkleiden. Ne. Ich sehe hier keine... ...Schlüsselkarte. Das läuft ja schon wieder hier lang. Okay. Also, wir haben die Verkleidung. Dann werde ich mich mehr versuchen, weiter zu schleichen. Und vielleicht kommen wir mit der Verkleidung vorbei. Zumindest stelle ich mir das etwas komfortabler vor. Wir sehen mal. Wenn der Typ mal weggehen würde. Okay. So, jetzt aber. Schnell. Der geht auch wieder weg. Ja. Und weiter in die Richtung. Sehr gut. Okay. Und warten. Jetzt werden sich die beiden gleich unterhalten. Wir schalten das zweite System aus. Und dann müssen wir nur noch rein. Okay. Sind alle hier? Fast. Die Reserve bringt sich noch in Position. Aber die sind quasi perfekt abgedeckt. Ja, irgendwie geht es Boston gut. Ja. Deswegen können wir nicht vorsichtig genug sein. Sie haben den alten Kameraraum in Betrieb genommen. Echt jetzt? Scheiße. Dann muss es ernst sein. Ist es auch. Also, zurück an die Arbeit. Na dann, bis später. Ja, ja. Komm schon. Geh weg. Okay. Das hätten wir. Wack-up-System deaktiviert. Ich hätte hier so gerne einen Kontrollpunkt. So. Ignoriert mich. Ignoriert mich. Ignoriert mich. Sieh mal einer an. Ach, danke. Los, knacken. Endlich. Und es geht direkt weiter. Iron Man 2 freigeschaltet. Die Wachen umgehen. Sehen wir mal nach. Dexter Industries. Ich habe schon gedacht, das Spiel hängt sich auf. Eine alte Mühle von Dexter Security als Wachstation benutzt. Alles sehr eng. Konfrontation daher riskant und unberechenbar. Ich muss mich unauffällig verhalten und es unbemerkt durch die Mühle schaffen. Ich bin festgehalten. Okay. Also, wir müssen uns hier durchschleichen. Hier haben wir einen Stromkasten, den wir schon mal manipulieren können. Das ist natürlich die Frage, wenn ich dich gerade fertig mache. Bring das Ding einfach wieder zum Laufen. Dann sehen wir, wer hier wen fertig macht. Okay. Das ist natürlich die Frage. Was machen wir jetzt? Ja, Sir. Mach ich. Der kommt doch jetzt hier entlang. Und ist theoretisch erstmal abgelenkt. Ich könnte ihn K.O. schlagen, aber wir können auch einfach vorbeischleichen. Sekunde mal. So viel dazu. Hey Mann. Hey Mann. Ach, verdammt. Haben wir jetzt hier einen Kontrollpunkt erhalten? Hoffentlich. Ich glaube ja. Ja, nein. Ja. Bitte. Sehen wir mal, wo wir landen. Ja, Kontrollpunkt. Sehr schön. Okay, ich hau ihm gleich mal K.O. Das ist, glaube ich, die bessere. Vorgehensweise. Okay. Dann müsste ich mich noch an ihm vorbeischleichen. Da hinten ist auch noch ein... Ach, ein... Medizinkasten. Und der Ausgang ist irgendwo... Bin mir nicht genau sicher. Na, Achtung. Den schnappen wir uns. Das Problem hat sich nicht gelöst. Ich glaube, ich bin mal wieder zu spät dran gewesen. Kann das sein? Wenn wir den direkt schnappen, ohne dass er mich sieht... Sollte das nicht funktionieren. Solange wir hier einen Kontrollpunkt haben, gerne. Wo kann ich denn? Hier kann ich wahrscheinlich nicht durch. Okay. Hier wäre noch ein Schrank. Okay. Bewegt dich, mein Freund. Bewegt dich. Also hier kommen wir nicht durch, oder? Nee. Ich muss mir den doch schnappen können. Genau so. Ruhig stellen. Okay. Schlechter Verlierer. Dann müssen wir erstmal hier weg. Nehmen die Verkleidung. Und weg mit ihm. Loswerden. Loswerden. Und dann sehen wir nochmal nach. Und zwar hier. Infiltrator. Herausforderungen. Und zwar haben wir gerade schlechter Verlierer. Hängen sie sich nicht auf. Es ist nur ein Spiel. Weil wir ihn weggelockt haben. Achso. Ja. Hier ist übrigens noch eine Waffe. Also. Solange wir hier vorbeikommen. Da können wir durchschlüpfen. Und wo genau ist hier der Ausgang? Wahrscheinlich nach oben müssen wir. Ah. Da ist noch jemand. Dann heißt es wohl erstmal abwarten. Abwarten. Ja. Ich sehe auf der Karte auch gerade nur zwei Personen. Alpha 4 erstattet Bericht. Pflicht zu sehen. Aha. Okay. Dann sollten wir dem mal folgen. Alpha 4. Achtung. Nein. 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 Die kommen mir nicht bekannt vor. Ich habe sie im Auge. Okay. Aber er hat mich... Moment mal. Sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt weglaufen. Aber... Bleiben Sie stehen. Er hat mich nicht direkt abgeschossen. Hey. Okay. Hände über den Kopf. Gut. Gut. Verdammt nochmal. Was ist zum Teufel? Haben Sie sich dabei gedacht? Das hier. So. Ruhe mein Freund. Können wir den hier auch nochmal loswerden? Kann ich ihn auch einfach liegen lassen. Ach herrje. Naja. Was will man machen? Ah. Kante. Das hätten wir jetzt auch vermeiden können. Aber ganz ehrlich. Dann habe ich ihn eben nochmal K.O. geschlagen. Ah ja. Da geht es auch schon weiter. Und was haben wir hier? Eine Waffe. Und eine Kette. Wir gehen zum Ausgang. Zur Anlage hinuntersteigen. Zieh mal einer an. Was haben wir denn hier gefunden? Okay. Ab nach unten. Das sieht nicht sehr stabil aus. Okay. Der Klippenabhang ist vom Tunnel durchzogen. Mittlere Sicherheitsstufe. Wahrscheinlich kleine Patrouillen mit leichter Panzerung und leichten Waffen. Vorrücken und Ausgang auf der... Auf Bodenhöhe finden. Alles klar. Das heißt, wir klettern weiter nach unten. Ein paar Wachen habe ich hier schon gesehen. Also einige. Ah, okay. Fixe Kameraposition. Ab nach drüben. Hallo? Ja. Okay. Hast du schon mal einen Neustart versucht? Ja. Haben sie die Computer ein- und ausgesteckt? Ja, das neben dem DSL steht. Okay, dann weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stecke mitten in so einer Sache drin. Gib mir ein paar Minuten. Ich komme so schnell vorbei, wie ich kann. Ah, ja. Okay. Ach, herrje. Das sollten wir nicht nach unten hüpfen. Das ist wirklich nicht sehr stabil. Solange wir nicht auffallen, meinetwegen. Okay. Dann einmal nach unten. Hätte einen lagen hier. Wext der Industries. Das war knapp. Jetzt müssen wir hier noch vorbei. Okay. Ja, da oben ist einer. Der würde uns wahrscheinlich als erstes bemerken. Benzinkasten haben wir. Okay. Benzinkasten. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Können wir nochmal zurückklettern. Da oben ist die andere Wache. Wenn sich der hier oben nochmal wegbewegt... Dann können wir reingehen. Oder seht ihr mich nicht? Hallo. Das ist echt eine ziemlich gefährliche Aktion hier. Ah. Kontrollpunkt. Zieh mal einen an. Aktiviert. Sehr schön. Ein Helikopter. Was denn sonst? Okay. Da kommen wir aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen... ...den Weg hier nehmen. Ich weiß nicht, wie wir die Wache da oben loswerden. Ich meine, wir haben einen Kontrollpunkt. Also können wir wahrscheinlich etwas... ...spielerisch werden. Ah. Wie geht das nach unten? Zieh mal einer an. Wir kommen zu spät zur Einsatzbesprechung. Das war knapp. Okay, hier haben wir einen Fass. Ich möchte hier keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Von dem her... ...sollte ich hier nicht alles in die Luft jagen. Na schön. Aber interessante Hüllen hier. Oh. Okay, wir bleiben mal hier. Da brauchen wir eine Karte. Die wir nicht haben. Was machen wir denn nun? Zielfeuern. Also hier kommen wir ja nicht durch. Hier auch nicht. Und hier haben wir nur... ...die eine Wache. Nein. Haha. Ah ja. Hängepartie. Kann man ja mal machen. Was mir das jetzt gebracht hat, sei mal dahingestellt. Okay. Allpapier erstattet bericht. Nichts zu sehen. Over. Mine. Das wird ja langsam gefährlich hier. Und dann Radio. Ist da noch jemand? Okay, aber hier auch keine Schlüsselkarten. Oder sonstiges. Ah. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo ich hier genau langlaufe. Aber es geht voran. Von dem her. Sehr viele Minen. Aber eigentlich suchen wir gerade nur den richtigen Weg. Oh nö. Nein. Du musst nicht aufstehen. Wir umgehen die einfach mal, Leute. Es gibt hier unzählige Möglichkeiten, aber... Wir gehen das mal ganz einfach ran. Die Delta-Jung feiern mit Karl. Und sie haben versprochen, dass sie ein Foto von dem Kuchen machen. Ach, hier können wir Sachen verstecken. Es gibt heute keinen Kuchen. Aber das Eifertino... Was? Keinen Kuchen? Da bin ich raus. Ja, und welchen Weg jetzt? Vielleicht da vorne, oder? Wo die Tuteltauben da gerade langlaufen. Nein, nein, nein. Leg dich hin, Mann. Der steht ja mal auf, weil wir die... Entsprechende... Kleidung haben. Das ist eine echte... Verdammt schlechte Position hier. Oh ja. Oh ja. Also, ich weiß ja nicht. Komm schon. Ja, das geht. Wir müssen da vorne rechts vorbei. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie wir uns bei den Leuten hier vorbeischleichen sollen. Das sind echt viele. Ja, lass mich überlegen. Wir haben Instinkt. Also im Notfall würde ich mich da noch irgendwie vorbeidrücken. Das sind echt zu viele. Ja, also wir haben hier zumindest einen Kontrollpunkt erhalten. Gehen Sie gern, Mann. Na los. Däh. Ha. Lassen Sie das. Stehen Sie wieder auf. Ich mach nichts. Also, was würde denn jetzt passieren, wenn wir mal... Ja, ja, ja. Aufstehen. Ach, Mann. Hätte man Instinkt behalten sollen. Was machen wir hier? Nein, ich glaube, ich gehe weiter. Ja, die haben uns erwischt. Die wollen uns nicht gehen lassen. Das reicht jetzt mit dem Spielchen. Stehen bleiben. Ich seh mich aber nochmal um. Wenn ich schon die Chance habe. Hey, wer sind Sie? Kein Schritt weiter, Penner. Ich gehe weiter. Na los. Und tschüss. Oh, schon fängt die Schießerei an. Okay, aber wir müssen ja Anstand hier nach unten. Stromversorgung wiederherstellen. Aha. Wir lesen uns das mal durch. Stockdunkel. Ohne Strom dürfte der Aufzug wohl kaum funktionieren. Ich muss den Generator finden und die Stromversorgung wiederherstellen. Das müssen wir dann also erledigen. In der Richtung hier. Vielleicht verlieren sie sogar noch unsere Spur. Wir wurden jetzt zwar entdeckt, aber damit kann ich noch leben. Ja, ich weiß nicht, ob die so schnell unsere Spur verlieren. Und in dieser Richtung hier scheint der Generator zu sein. Kommt schon. Die sind alle auf Alarmstufe orange anscheinend. Sieht man ja unten links. In der Anzeige. Ich weiß nicht, ob ich die noch loswerde. Ah, sicher. Ja. Formidabel. Die laufen wieder weg. Gut. Damit können wir leben. Sie haben uns zwar entdeckt, aber wieder aus den Augen verloren. Ah, was haben wir hier? Ach ne, laufen jetzt hier zwei entlang. Ne, jetzt hier nach unten laufen, dann habe ich aber... Oh ne. Rechte Karten. Genau jetzt stehen die natürlich vor dem Generator. Warten wir mal. Von wem hast du das Geld? Hey, meine Freundin hat es mir geliehen. Deine Freundin? Hey, was interessiert dich das eigentlich? Ich bezahle... Ah, ja. Mhm. Mhm. Wenn Sanchez diesen Patrioten den Arsch versohlt hat, kassiere ich ab. Du kriegst dein Geld, ich bin raus und alle... Ah, kommt schon, Freunde. ...ein ihr Lebensende. Okay? Ich meine, mit einem Schuss werden die beiden weg. Hier seht ihr den Kanister? Okay, er geht wieder weg. Und er eben so. Oh je. Gefährlich. Die Wiederherstellung... Ah, okay. Schade. Da war ich leider zu... ...forsch. Oh je. Ja. Das war laut. Versorg den Aufzug mit Strom. Und schon sind wir weg von hier. Ach so. Aufzug erreicht. Haben wir alles erledigt? Ja. Allergien untersteigen, Stromversorgung wiederherstellen. Alles erledigt. Also weg hier.